Warte, was? Das ist noch zu schwierig für mich? Ach man, oh. Auf Arkhamir ausrauben freue ich mich immer. Das ist eine der wenigen Quests, die zwar auch ein bisschen komplex ist, aber auch die ich mich freue. Das ist voll gemein. Aber eigentlich wollte ich nachgucken. Genau, ich wollte die drei Kasten von den Warner einmal durchgehen, damit wir die mal gelesen haben. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, aber jetzt haben wir, glaube ich, von allen Klassen wenigstens einmal gehört, deshalb mache ich es nochmal in einem Aufwarsch. Ihr Status dient dem Überleben, oft harschen Redfire und stellt nicht etwa eine moralische Verurteilung dar. Nach ihrem Tod ist für die Roparo die Wiedergeburt in die Klasse der... Ich glaube, Kuao heißt es eigentlich. Da hat ihr oft einen Tippfehler drin. Oder Mataro vorbestimmt. Und die Kuao sind die soziale Klasse der Handwerker und Händler in der Gesellschaft der Uruana. Obwohl sie für ihre Fertigkeiten und ihren Erfindungsreichtum respektiert werden, wird ihnen nicht dieselbe Wunderung zuteil wie den Mataro. Und die Mataro, die höchste soziale Klasse der Uruana, sie besteht hauptsächlich aus Priestern und Kriegern. Die Häuptlingen der Stämme gehen für gewöhnlich aus den Reihen der Krieger hervor. Die Mataro sind dafür verantwortlich, die anderen Kasten zu regieren und die praktischen und spirituellen Bedürfnisse des Stammes zu bestimmen. So, jetzt haben wir uns einmal kurz mit Kastenwesen befasst. Jetzt kann es weitergehen. So, jetzt haben wir uns einmal kurz mit Kastenwesen befasst. Oh, sie träumt gerade. Ich neulich entzugt ganz doll. Ja, hier haben wir irgendwie ein paar wenige noble Wohnhäuser. Da ist ein Shop. Ich glaube, da oben ist, glaube ich, ein Haustier-Shop, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist der ziemlich große Ganga Palace. Zu dem Shop wollte ich eigentlich, aber ich glaube, der ist um 26 Uhr zu. Schade. Ja, genau, hier steht die andere Tors rum. Ja, weil ich wusste, wo du wirst, wo du warten würdest. Johanna Wundträgerin schenkt dir ein anderes Lächeln. Ähm. Ich habe Fragen. Akira, ich sage, die Relevanz der Harappo-Epic kann nicht überstattet werden. Es könnte ein Touchstone für die Johanna. Es könnte sogar... Sorry. Du gehst auf. Warum ist es so wichtig? Es könnte dir das eben was über die Johanna erzählen. Wusstest du davon, bevor es im Park an mir gesetzt gelangt hast? Warum ist du bei der Deadfire Company so darin interessiert? Äh, warum ist es so wichtig für dich? Es ist wichtig für alle, die den Deadfire nach Hause nennen. Oh, also es ist wichtig für mich als auch? Okay, danke für das klar. Ja, ich bin totally trust-worthy. Just don't leave me with your stuff or it will be gone. Really? Such news, I didn't know that. So, what could the epic tell you about the Johanna? The story could speak to the values and beliefs of our ancestors. The language structure, narrative voice and use of metaphor can tell us something about the time of its inscription. Es brüge die Rote Telekonflikte in die Ferne. We could even... I've lost you, haven't I? Yeah. Did you know about before Arkhamir got his hands on it? Akira, from the journal of Rakuwa, an explorer who found the tablet on a remote island some 20 years ago. Unfortunately for Rakuwa, the most we found of her was her journal among the flotsam of a shipwreck. Hm. And why does the Royal Deadfire Company want it? They think the tablet can show them. Niti hält in und wägt ihre Worte sorgsam ab. Well. The way to Ukaizo. Why do you whisper? That wasn't a secret anymore. You already told me that. Akira. It's a mythical island. But that isn't stopping any of us from rushing to claim it first. Okay, that's all. Akira. The pleasure is mine. And how would you try to steal it? Aber vielleicht nicht alle versandten. She didn't whisper before when she told me. Oh, äh, ich hab noch gar nicht, gar nicht vorgelesen, was Takeo für Traits hat. Äh, hier, hier. Acht Stück, mit zwei kann man den unglücklich machen und mit sechs davon glücklich. Meine Fresse. Der Mann ist leicht zu beeindrucken. Also, er mag nicht, wenn man sich gegen die Juana ausspricht oder für Rauertai. Ja, okay, easy. Ähm, er mag es, wenn man sich für die Juana ausspricht. Ja. Er mag progressive Ansichten, wenn man für God-like ist. Wenn man es mit Religion hat, ja. Du, Takeo, das brauchst du bei mir nicht vermuten. Äh, ja, auch er hat diesen, da haben irgendwie fast alle den Trait, dass er irgendwie Witze und so weiter mag. Und er schätzt stolz, ja. Und schon wissen wir, warum er und Anders niemals irgendwann Freunde werden können. Ja. Äh, echt, diesen Trait haben so viele. Also, er hat den. Äh, der hat ihn. Shoti hat ihn. Seraphon hat ihn. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Maya ihn auch hat. Yeah, ich bin mir relativ schön. Alles Hunter. Eine Frau mit einer Haut wie gehärtetes Segeltuch richtet sich auf und starrt in die Ferne. Ihre Lippen sind fest zusammengepresst. Sie wirkt äußerst nachdenklich. Du bewegst dich durch ihr Blickfeld. Sie blinzeln und richtet sich noch weiter auf. So, es wird dich dann. Es wird mich, was wird mich, was wird ich tun? Die Hand bewegt sich in Richtung der Schwertscheide an ihrer Seite und ihr Blick haftet weiter auf dir. Hey, I don't want to fight with you. Lügen, ja, das stimmt. Eigentlich bin ich nicht deshalb gekommen, aber wenn du mir denn willst. Ich glaube, du verwechselst mich. Mit? Wer bist du? Bei mir ist es normalerweise eine Robo oder eine äggetanische Maschine statt das alles. Du siehst so aus, als ob du auf dich selbst auffassen könntest. Ja, ich spreng normalerweise in unbekannte Groben und hantiere mit enggetanischen Maschinen. Ich bin nicht sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, es war hartes Arbeit, um so zufrieden und künstleren Fos zu gewinnen. Ich bin nicht sicher, ich bin einfach so zufrieden. Als Nungata Whalesplitter, ich verlebt die Jungles und Seas alike von Slippery Creatures. Ich habe mir meine Fos später, als ich ein zerstörer Prey huntet. Man, lots of man. Incredibly tall women. Pirates? Pirates? That's Mataru-Retirement for you. You seem to believe everyone's after you. An occupational hazard, I say. Hunters do not play well with others. Sie räuspert sich in ihre Faust mit den Blick ab. Didn't you help me track down that crab thief in Etua? Nungata pricks zu Tekehu auf. Tekehu? That's not how we do it. We don't just take half of the earnings. We take all of it. I have to teach you better. That is a vile falsehood. I pilfered a third of your earnings. A finder's fee. I didn't say anything about robbing people. Just scratch the last of what I said. I am not in favor of taking money from anyone. Really. Never. Tekehu lacht leise in sich hinein, doch Nungata verengt, verärgert die Augen, wendet sich wieder dir zu. Und so the hate grows. Do you miss the hunt? I miss traveling across the archipelago, answering to no one but my empty belly and purse. But this is a younger woman's game. Better that I step aside and make way for aspiring killers. Akara? Yes, I am an inspiring killer. Äh, aspiring killer. Inspiring too. Killer anyway. I killed a lot of people already. Can I kill someone for you? Pretty, pretty, please? Interested in taking up the trade, are we? Hm? Dungata streicht sich mit dem Daumen über das Kinn und lächelt, während sie sich das Gesagt noch einmal durch den Kopf gehen lässt. I warn you that I deal in the heads of the exceptionally dangerous. A lady needs standards after all. Oh. Sie hebt die Augen vor und forscht nach Anzeichen des Zögens. Ach, ich spring dir jeden um. Ich nehme an, das bedeutet, dass sie außerordentlich preisgünstig sind? In diesem Fall freue ich mich schon darauf, endlich anzufangen. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Verrat mir mir. Yeah, I can take care of myself. And then pockets their coin when she's bled them out. Bena was seen traveling on an island due southwest of Osongo. Uh-huh. Uh, questions? Ask away, Hunter. No, no, no questions. Do you seek companionship on your travels across the Deadfire? Why not take a little friend along? Yeah, I see companionship. We have many animals on offer. All well-trained and eager for a new home. Akira, you are sure to find one that suits you. Why are they all so expensive? So, yeah, I'll return later, okay? First I have to find some money. I wouldn't steal it. Never. Because that would be, I don't know, what was it? Irresponsible? Oh, uh, which dot do I have to take? I don't know. Hold a moment. You may visit the palace and its shrine, but be warned. The queen meets with trading company Vipers. I want to talk to the queen anyway. Okay. Whether the queen will hear you above the bang of her guests is another matter. Wache dort auf die Tür. Du bist entlassen. Ja, und eingelassen, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020